Was ist der Kinderspruch Jan und Piet? Da wir in der Startarbeit die Erfahrung gemacht haben, dass die Kinder immer auch ihre kleineren Geschwister mitbringen, also die zwei-, dreijährigen, die natürlich auch gerne mitmachen wollen oder wenigstens ihre Beachtung haben wollen, will ich hier noch einen kleinen Kinderspruch einführen für die ganz Kleinen, so dass sie auf alle Fälle etwas im Petto haben, wenn kleinere Kinder mitkommen, so dass sie auch für die so zwischendurch so ein, zwei Minütchen etwas machen können, was dann auch die Großen erfreut. Nun ist dieser kleine Kinderspruch Jan und Piet so schnell, nicht einmal eine Minute, so braucht man dazu eine bestimmte Aufmerksamkeit. Und um diese zu kriegen, mache ich vorher noch eine kleine Einführung, etwas ganz Kleines zum Öffnen der Ohren. Da kommen zwei Matrosen an. Der eine heißt Piet, der andere Jan. Weg Piet! Weg Jan! Da kommen sie schon wieder an! Weg! 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 Weg!